jetzt für euch im test der nico meteor schlag zehn stück in einer packung grüne bengalflamme lauter wuchtige explosion 2009 2020 da bin ich richtig mal gespannt was aus diesen teilen rauskommt ich muss sagen der knall ist jetzt nicht so berauschend aber ja so ein bisschen zum runden rumzündeln reicht völlig ist auf allem jetzt zum schluss noch mal ein kleines fazit also sind nicht so schlecht die meteor schlag ich würde jetzt aber keine kaufe empfehlung aussprechen ist ein lustiger artikel für zwischendurch ja einfach so sagen